Eine Million Bergfinken sind zu Besuch in Haiger im Lahn-Dill-Kreis. So was kommt nur alle Jubeljahre mal vor. Rund um den Sportplatz haben sie sich niedergelassen. Alle Vöglein sind schon da mal ganz anders. Das ist Wahnsinn, was da an Vögeln kommt. Das ist Wahnsinn. Hier, 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 über uns. Die kommen immer wieder. Das ist fantastisch. Also so ein Naturschauspiel habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich, das ist einmalig. Hans-Otto Thorn ist nicht der Einzige aus Haiger, den es zu den Bergfinken zieht. Seit einigen Tagen kommen jeden Abend etliche Leute aus dem Umland hierher, um in den Himmel zu schauen. Eigentlich leben die Finken nämlich in Skandinavien. Weil da aber gerade so viel Schnee liegt, dass die Vögel nicht mehr ins Futter kommen, fliegen sie eben hierher, um satt zu werden. Und da freuen sie sich drauf und stürzen sich auf unsere heimischen Buchäckern und wandern hier die Wälder in der Umgebung ab und suchen überall Buchäckern. Und nachts fallen sie hier ein. Das ist ihr konzentrierter Schlafplatz, wo sich jetzt alle erholen wollen. Bevor es dunkel wird, ist aber noch ordentlich Action in der Luft angesagt. Über eine Million Vögel tanzen am Himmel, so schätzt man hier. Wahnsinn, wie viele das sind. Ich finde es toll. Wunderschön. Die sind so schnell wie ein Blitz, hat die Große gesagt, weil das so zack, zack geht. Und das ist der Wahnsinn einfach, so viele Vögel hier in der Nähe zu haben. Tja, mit der Nähe ist das so eine Sache. Man würde sich die Skandinavier ja gerne mal genauer ansehen. Auf tragische Weise geht das. Heute ist nämlich auch Noah da. Und der hat einen toten Finken in den Bäumen gefunden. Das ist unser heimischer Jungornithologe. Der hat ein Männchen gefunden. Das ist vom Baum gefallen. Wo hier? Für diesen Finken ist hier Endstation. Für die anderen aber nicht. Wenn es ihnen hier zu kalt wird, dann fliegen sie einfach weiter. In den Süden. Zum Beispiel nach Frankreich. Zum Beispiel nach Frankreich.